Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer weiteren Folge Green Project. So, ich wollte ja eigentlich warten, bis mein Arm gut ist, aber schaut mal, was wir hier gefunden haben. Das müssen wir natürlich, das können wir einfach nicht, weil... Hey, das sind Trauben. Ja, und aus Treiben, aus Trauben macht man Wein. Das heißt, wir können dann vielleicht endlich mal ein Fass bauen und mal gucken, was für eine Auswirkung Vino auf unseren Lieben-Manneken hat. Wir gehen mal hier hin und dann... Machen wir das mal so und dann hoffen wir, dass der... Ah, jetzt nähert es sich schon. Wir haben mal einen Fisch. Wir haben mal einen Korbchen. Okay, der macht... Diese Nahrung wird verfaulen in 24 Stunden. Okay, jetzt pass auf, wir müssen das direkt hier rein. Direkt hier, hier. Dann hier. Hier. Ich habe keine Ahnung. Nein, stopp, wir haben es dabei. Wir haben es dabei. Hier, okay, ausgenommener Korbchen. Okay. Okay. Ausgenommener Korbchen. Wir haben ihn. Da ist er. Macht es immer noch nicht besser. Metzgerblock. Können wir hier noch... Okay, hier, ausgenommener Korbchen. Tote Hühnchen, Ratten. Okay, gut. Hier sind unsere... Hier, geh mal, geh mal da hin. Oh, stopp mal hier. So, so. Okay, wir brauchen das also schon auch mit drin. Auf Fleischphase. Lass mal gucken, was gibt's denn da alles. Okay. Stimmt, das gab's ja auch noch. Hm. Oh ja, da musst du ja dann. Thymian mit rein, überall. Oder Salz. Richtig, das war ja... ...coole Stuff. Ernsthaft, hier. Nimm. Stimmt, ich gerade. Deal? Jetzt haben wir das. Wo sind die anderen hin? Warten doch gerade. Hier sind sie. Zack, hier rein, hier hin. Das ist ja wunderbar, hier hin. Ja, der arbeitet noch. Wir müssen unbedingt schauen, dass wir da mehr kriegen. Dann hier her, dann hier, hier hin. So. Okay. Das ist intelligent gewesen. Da ist einfach wieder zurückgeladen. Hier, da sind sie. Die brauchen wir. Mal die beiden. Da. Sind es zwei. Dann die hier. Zwei. Da warten wir jetzt drauf. Da werden wir jetzt einfach sinnlos rumstehen. Ja. Weil das machen wir ja so total oft, ne. Dass wir einfach mal sinnlos in der Gegend rumstehen. Machen wir das oft? Ne, eigentlich nicht, oder? Eigentlich machen wir das sehr seltsam. Naja, gut. Das können wir jetzt wohl nicht abwarten. Das ist sehr schade. Also hier hin. Wo bist du? Da bist du. Hervorragend. Raus mit dir. So, und dann würde ich sagen, können wir. So. Äh, hier. Denn auch Holzscheite werden früher oder später, ne. So. Und jetzt werden wir hier hinten, werden wir uns jetzt einen, einen Pilzwald züchten. Ja, wir haben ja hier schon angefangen, ne. So. Und offensichtlich hat das hier hinten schon mal einer gemacht. Und deswegen werden wir da jetzt einfach. Deswegen werden wir das auch machen. So, hier hin. Sehr gut. Da hoffen wir natürlich. Haben wir da versehentlich diesen... Kameraden, dem haben wir jetzt versehentlich auf die Nase gehauen. Das wollten wir nicht. So. Und daher. Ich hoffe, wir erst gehen. Und dann. Gehen. So. Mal gucken, ob wir hier irgendwie weiter können. Ja, ganz hübsch aus. Da würde ich vielleicht auch noch mal einen hinhaben wollen. Hier vielleicht, ne. So, oder? So sieht der doch eigentlich ganz aus. Hier, hier. Ja, da haben wir genau zwei Neberanze. Aber das ist... Ich glaube, dem anderen ging es ähnlich. Sieht es hier hinten auch so aus, wie es halt... So. Das sieht... Recht ingenehm. Ich würde gerne, ich würde gerne hier nochmal hier... Hier. Und ich würde natürlich auch gerne unsere Pulme noch hinsetzen. Da ist bloß noch nicht wohin. Boah, vielleicht hier irgendwie so in den... So in den Gei hier. Wartet mal, wir nehmen uns mal hier die Akt. Und... Schauen wir den hier weg. Nein. Falsch. Zum Glück war es falsch. Ja, denn wenn ich irgendwas da nicht haben will, dann sind es die. Haben wir das auch wieder. Wir werden wohl hier einmal rummüssen. Das ist aber... Der... Offensichtlich noch nicht blüht. Hier. Okay. So. Dann auch... Wir packen den... Da hin. Ich weiß... Ultra sinnlos, weil der hier jetzt nirgendwo was weghaut. So. Da nach oben kommen wir sogar schon raus. Fofag. Wunderbar. Ja, traumhaft hätte ich fast gesagt. Hier rum. Hier rüber. Hier lang. Hier. Hier. Dann hier. Hier. Und hier würde ich ja auch fast sagen, dass wir... Ach, ich würde... Hier noch. Ach, wo ist hier? Hier glaube ich... Hier glaube ich, macht sich der total gut. So. Ja, vorragend. Dann haben wir 128 Bäumchen. Das ist schon... Ich würde sagen, das ist schon ganz in Ordnung. Würde ich jetzt mal so behaupten. Auf den leimigen, ekelhaften Finger treten. Hier rüber. Lot of Ratten. So, einen Haufen Ratten. Wir wollen ja auch nicht... Wir wollen ja auch nicht vollkommen übertreiblich. Hängen sie jetzt am Wasser auch schon, die ekelhaften Finger. Geht ja mal gar nicht. Da noch die Kürbisse. Haupe. Ja, wir brauchen... So. Und da könnte man die jetzt... Hier mal gönnen. Und dann hier. Ja. Hinen. Ja, das war... Das war jetzt... Ultimativ falsch. Okay. Ah, was geht? Jetzt. Das ist gut. Das ist gut. Mensch, ich habe da gar nicht geglaubt, dass ich mal so lange die Klappe halten kann, ne? Ha! Bin mal wieder für eine Überraschung gut. So. Hier rüber, hier rüber, hier hoch. Wo bist du? Hier bist du. Hier her. Ja, hier drüben, ne? Hier. Hier haben wir. Sehr gut. Hervorragend. Wieder raus. Das ging jetzt unglaublich schnell, dass hier über 30 Filze weg waren. Und natürlich, was nicht funktioniert, hier, bitte. Fünf. Auch sind unglaublich gut. Und was ich persönlich mache. Ich hätte, außerdem, dass ich die Kölze hier so, ne? Ich hätte noch gerne geguckt. Gekügt. Ich hätte noch gerne geguckt. Gekügt. Boah. Okay. Das ist natürlich, das ist natürlich schon Premium-Futter, ne? Da kannst du halt jetzt einfach sagen, was du willst. Aber bitte mach das weg. Okay. Dann trink ich dir mal einen Schluck. So. Und zwar, es gibt bei Nützliches. Nein. Bei Nützliches, das gibt es bei Landwirtschaft. Gibt es diesen FK2 Sigma. Das sammelt mehr Saat. Und das muss ich ehrlich sagen, Kinders, das hätte ich schon super gemacht. Hammer, Nägel, Eisen. Ja, wir brauchen das Eisen natürlich auch noch für was anderes. Ja. Die haben wir ja schon upgrade. Das hätten wir gerne upgrade. Das natürlich auch. Eigentlich hätten wir alle unsere Werkzeuge gerne. Ja. Für. Den möchte ich jetzt hier natürlich nicht haben. Ich hätte ganz gerne mal. Tunnel, Rute, wir. Können wir mal gucken, ob das gleich. Ja. Ob da vielleicht noch mal einer G-Storn. Das ist natürlich nicht mehr so. Ja, das ist dieser. Dieser Weiß-Storn-Busch. Okay. Er schreckt nicht aus, was hier so. Ja, ja. Treif mich. Stimmt, ich habe ja euren Kumpel noch in der Tasche, ne? Stimmt, ich habe ja euren Kumpel noch in der Tasche. Oben ist er ja, ne? Da kommen sie jetzt weg. Aber, was ich auch noch gucken wollte. Und zwar hier hin und dann hier raus. Brauchen wir ihn hier hin. Okay, das geht nicht. Getränke, Tasse, Kaffee. Ja, da brauchen wir den ab. Richtig. Ja, okay, gut. Dann mach mal. Brauchen wir hier fünf Säcke Sand. Dafür bräuchten wir nochmal Säcke, ne? Mal gucken, wo sind denn hier Nützliches? Welches da sind doch die Säcke da? Wer hätte es gedacht? Dann bei Rohstoffe da. So, haben wir, haben wir, haben wir. Also, du raus. Du rein, du rein, du rein. Mach mal Säcke. So. Raus, raus, raus. Raus, hier, hier. Oh, Kaffee geht nicht kaputt. Das ist sehr anständig. Nein. Hier. Sandiger Boden. Hier rein. Und wo sind die leeren Säcke? Und sonst. Okay. Haben wir noch? Ah, eins haben wir noch. Komm hierher. Fünfmal Sand. Andere ist ja ein Einmachglas. Das ist kein Topf. Das darf man nicht verwechseln. So, jetzt haben wir fünfmal Sand. Ach, der verbraucht sich gar nicht. Oh, das ist ja praktisch. So, dann hier hin. Hier. Hier. Und dann haut der das da durch. Okay, ich bin... Ich bin entgeistert. So, zack, zack. Wir brauchen einfach von allem. Wir brauchen einfach von allem. Wir brauchen einfach von allem. Lehm. Bissen. Machen wir aber nicht jetzt, weil wir einfach noch Power-Affarm haben. Hier sind wir, glaube ich, hier sind die Kürtchen. Kaputt gegangen. Ja, vielleicht möchte ich rein. Du möchtest nicht. Doch, du möchtest. Du hast ja gar keine Ahnung, wie sehr du mit bist. Hier hin, hier hin. Geht nämlich wunderbar auf. Das gefällt mir sehr gut. Fünf. Fünf. Ja, hervorragend. Dann haben wir das. Gehen wir mal ein bisschen vorbei. Noch mal fünf Stück, weil das das Holz ist. Weil das das Holz ist. Dann haben wir hier schon wieder. So gefällt uns das. Hier. Hier. Hier rein, dann ist es weg. Hier rein, dann ist es weg. So, wie sieht es hier aus? Da ist der Kaffee. Da haben wir noch nix. Okay. Eigentlich könnten wir mal, oder? Ja. Wir machen noch mal was. Ja, ich weiß auch nicht, ob das uns hilft. Und dann gucken wir mal hier unten beim Möbel. Hier. Da ist es. 10 Bretter, 25 Nägel. Okay. Gibt es da was? Gibt es da was? So. Während das da drüben vor sich hin köchelt. so, 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 so. Den da rein, den da rein, da auf, hier hin, da hin, hier. Mach mal. Ei, 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 ei. Hier, ja. Sehr gut. Ach, du meinst, der macht aus jedem fünf Bretter. Okay. Okay. Da haben wir auf alle Fälle ein bisschen was getan, ne? Würde ich mal sagen. So, wie sieht es hier aus? Da liegen jetzt Bräutel. Da liegt Topf. Und wenn ich jetzt einfach versuche, hier Topf. In Verbindung mit Kaffee. Schade. Hauptbehälter zur Konservierung von Lebensmitteln. Okay, das geht nicht. Schade, schade. So, wir gucken nochmal hier, was uns unser 25 Nägel. Okay, schaut mal, wir haben 26. Zack, zack. Die Säge ist drin. Wer kommt raus? Wo ist der verdammte Hammer? Glasregal. Wir hauen mal ein Bein. Wir drücken mal ein Glasregal raus. Da haben wir es. Zack. Hervorat. Hier. Da haben wir das jetzt. Ich würde sagen, wir brauchen es mal hierher, oder? Nee. So. Okay, da kommen wir hin, dass das tatsächlich kein Stück besser ist. Glas, Glas, Glas. Wir wissen auf alle Fälle, wo das Zeug hinkommt. Ich meine, das ist ja auch schon mal was wert, ne? Wir wissen, wo unsere ganzen Gläser hinkommen. Ist doch schön. Okay. Was wir jetzt natürlich tun können, ist, wir können hier nach unten gehen, können dann hier einmal ran, beziehungsweise hier. Wir können hier packen, zack. Einmal, zweimal, zweimal hier wieder hin. Hop, 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 nee. Ja, doch. Du und du. Ja, schön. Raus, hoch, mal rüber. Hier, das noch. Werden wir jetzt auch noch mal kurz Zeit ändern. Und zwar, indem wir ihn da. Wo habe ich den Mörser hin? Wo hat er den Mörser hin? Den Mörser hin und hier. Da müssten wir natürlich, zack. Dann machen wir da mal nicht genug Kraftstoff. Das sehe ich jetzt tatsächlich nicht, mein Freund. Da bin ich jetzt leider tatsächlich ein kleines bisschen ausgeformt, mit der Meinung. Hier, trinken. Danke, hier rein. Und dann gehen wir mal einen wegknacken. Oben erzählt man uns was von 132 Bäumen. Hier hin. Tatsächlich zweimal sowas. Da haben wir auch noch mal eine Tasse Kaffee. Da haben wir auch noch mal eine Tasse Kaffee. Vielleicht brauchen wir da zehn Stück oder so. Wer weiß das, ne? Könnte ich mir jetzt tatsächlich gut vorstellen. Hier, hier. Dann haben wir dich noch dabei. Und hier, hier, da kommt der Vogel. Und was bringt der uns dieses Mal? Aus fernen Landen. Er bringt uns... Nein. Und das war's auch schon. Mehr bringt er uns nicht. Und das reicht ja auch, ne? Wir sind ja froh um alles, was uns hier irgendwie, ne? Um alles, was uns hier geholfen bleiben soll. Verdammt, da sterben schon wieder Hühner, habe ich noch. Ich habe kein Hühnerfutter mehr. Verdammt. Schnell, Mann, lauf! Falscher Schrank, den sollst du öffnen. Hier, hier und dann da hin. Raus und dafür Säcke. Wo sind die Säcke? Du Sack, wo bist du? Du Säckel, soll ich dich hin? Da sind die Säckel. Recht damit. Hier, her. Sack. Säckel, nein. So. Für uns jetzt keine Bohnen. Hm. Was haben wir zu essen? Du kannst Hühnerfutter fressen, wenn du möchtest. So. Ersatzweise können wir hier und hier. Viel Spaß. Da vergnügen sich schon wieder irgendwo Raupen mit unserem... Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja, die Ratten, das ist jetzt nicht so schlimm, wenn die Toads sind. Ach, hier, 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 wo da ist. Hoppala. Äh, hier. Hier, hier, wo ist das aufgeplüschte etwas? Wo ist es? Habe ich das Glück denn gar nicht eingesammelt? Ich habe wohl das Glück gar nicht. Nein. Hier, rein, hier, rum, hier. Habe ich überhaupt noch? Natürlich nicht, oder? Hier, rein, hier, rum, 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 rum. Ja, da müssen wir natürlich weg. Nee, langsam wird das Spiel echt anstrengend. Das, äh, wartet ja an Arbeit aus. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir auch. So, hier, der raus, der raus, der rein, der rein. Gib ihm. Mach ja, Rafu. Alle, um, wenn ich jetzt zeige. Boah, hast du nicht noch irgendwas, wo du schnell reinbeißen kannst? Ey, bitte. Schau mal, Kürbis. Hier, schau mal, Kürbis. Du musst dich nicht gut fühlen, du musst essen, Kollege. So, okay, haben wir, haben wir, haben wir auch. Dann hier rum, dann hier rüber, dann hier hoch. Und hier, dann. Dann hier. Und hier, hier. Hier, hier. Und wo ist es? Ich kann das, ich habe gerade Rattenfahrer gemacht. Wo ist das? Geht ihr nicht jetzt doof? Ich sehe es wirklich nicht. Ich weiß nicht, dass ich es gerade hergestellt habe, aber wo ist es? Wo packst du das? Im schlimmsten Fall stirbt es noch mal eine. Da kann ich es jetzt. Dann tut mir das leid, aber ich kann es nicht. Hier hoch, da unten ist mir schon ein Mais verreckt. Ungut. Sehr, sehr ungut. Nein, ich bin hier. Wo seid ihr? Habe ich noch? Habe ich noch? Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Hier rein. Auch großes Bühnerfutter. Okay. Und ich lasse mir auffallen. Meine Güte. Ist aber auch schwierig. Hier, hier, hier rüber. Hier rein. Hier hin. Hm. So. Brauchen wir den Spaß noch mal? Dreimal, oder? Ich würde sagen, wir brauchen den noch dreimal. Okay, einmal. Geht genau, oder? Geht genau auf. Mehr als das. Haha. Okay. Und der? Diese Raupen, ne? Okay. Diese. Wo ist meine? Let's go. Du solltest einfach nur die Klappe halten. Langsam, aber dennoch sicher. Weil sonst sind wir bald beide keine Freunde. So. Hier hoch. Hier rum. Hier rüber. Jetzt sind da schon zwei drin. Oh, da ist er. Weißt du, wann? Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen kann. So. Aber ich würde sagen, wir nehmen dieses Dynamit hier hin. Dann gehen wir da hin. und dann würde ich sagen, legen wir das hier hin. Und dann würde ich sagen, laufen wir. Hö, 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 hö. Hö, 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 hö. Hö, hö, hö. Absolut. Da bewegt sich was. Ich werde jetzt noch angeln. Sehr schön. Mal gucken, ob sich da einer ranwagt. Dahinten ist ein Hühnchen tot. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich Altersschwäche. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Könnte sich jetzt dann bitte irgendein Fisch mal kurz an meinen Köder Ich glaube der Dicke kommt. Der Dicke sieht aus, als würde er kommen. Aber für den muss man glaube ich sehr schnell sein. Er schwimmt nochmal weg. Er traut der Geschichte nicht. Ein kluger Fisch. Komm schon. Keiner Fisch. So. Erwischt. Ich habe keine Ahnung warum dieses Hühnchen tot ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir jetzt sehr sehr viel zu essen haben werden. Und deswegen ist es wahrscheinlich ganz schön, wenn wir ein bisschen Salz schon mal haben. So. Wir können hier hingehen. Und dann können wir jetzt erst mal das und das. So. Einmal den da. Das machen wir jetzt noch kurz zusammen. Oder ich würde sagen, das macht ja auch noch irgendwie Freude. Oder so. Hier. Zack. Das ist doch schon irgendwie schön. Der dann noch. Ja. Wenn ich nicht bald etwas trinke, dann trink halt. Wenn ich hier da trink, dann nimm den. Ich würde mich nicht bald etwas essen. Da. Bis. Bis. Freund. Bis. Und jetzt hier. Bewahrtes. Salz nach Schinken. Okay. Hier Hühnerfleisch in der Dose brauchen wir das, das, das und das. Okay. Wir brauchen einen Salzbeutel. Da werden wir mehr Salz verbrauchen. Bin ich. Bin ich mir fast. Salz. Stopp. Das ist Salz. Den wollen wir. Den wollen wir dann auch. Hier. Nein. Das ist dann. Den. Da müssen wir wahrscheinlich gucken, wie man Salzbeutel noch macht. Wo macht man den? Hier. Nein. Hm. Wo machen wir diesen Salzbeutel? Hm. Werktell Rohstoff? Salz. Okay. 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 Also gar nicht mal so. Abwegig. Wo ist der Hammer? Oh, das gibt gleich fünf Salzbeutel. Ich dachte genau andersrum. Bist du? Aber haben wir. Ist doch gut. Ah, fünf. Okay. Ja. Ich verstehe. Dann hier hin. Mal Wasserkanaster. Können wir trinken. Sehr schön. Dann hierher. Dann das. Das. Wir haben die Einmachgäser haben wir unten ins Gasregal, oder? Topf. Hier. Dann hier. Und was brauchen wir da für noch Wasser brauchen wir da für noch Wasser brauchen wir dafür noch. Was für eine abwegige Idee, das ohne Wasser zu machen. Nicht genug Kraftstoff. Da. Gib ihm Kraftstoff. Gib ihm Kraft mit. Gib ihm Kraft mit deinem Stoff. So. Hier da haben wir nochmal Ratte. Und ich glaube, Fisch funktioniert nicht. Nee, Fisch funktioniert nicht. Das heißt, wir gehen nicht hier hin. Packen den aus. Gehen den hier rein. Dann finden wir das da an. Das ist ja. Wahnsinnig, ne? Wahnsinnig, wahnsinnig gut, wie das funktioniert. Haben wir. Da müssen wir Streck drüben abpflanzen. Das heißt, wir werden die Ratten langsam, aber sicher ausgehen lassen. Ne? Was macht denn das Hühnchen? 180. 160. Ich will gar nicht mehr. 200. 200 Hungerkoll. Okay, ja. Muss da halt auf. Das ist ja bombastisch. Das ist ja mal wirklich. Ah, okay. Unser Arm geht es wieder gut. Okay, das dauert wohl länger, bis das ist. Das bedeutet, ich gehe jetzt schlafen und wünsche euch schon mal einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht zu bewerten. Lasst gerne einen Kommentar da. Bis dahin. Und ciao.